Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Chaos auf Deponia und diesmal mit einem kleinen Mitkommentator, dem Jonas. Wer hätte es gedacht? Oh mein fucking... Gott. Ja, also wir haben hier wirklich eine unglaublich riesige Auswahl an Mitkommentatoren. Ja, das ist wirklich... Faszinierend. Der Chilo, ne? Der müsste man mitkommentieren. Oh mein Gott, Alter. Wahrscheinlich seid ihr von meiner Stimme bessere Qualität gewohnt, aber ich muss durch Davids Mikro sprechen. Und ich darf seins benutzen, weil der Jonas hat hier so viel umändern müssen, dass da alles passt. Da hatten wir nur Lust. Also er hatte nur Lust. Deine Soundcard ist einfach der Wahnsinn. Besser als deine. Guck mal, ne T-Tasse. So, äh... Ich weiß jetzt leider nicht, wo... was du jetzt... was du hier genau jetzt machen musst. Das weiß ich leider nicht. Na, also wir müssen eine... wir müssen die Art Schnabeltier ausrotten. Damit die nicht mehr auf der Speisekarte von diesem Restaurant sind. Damit die Lady Goal, äh... unsere kleine Goaltusse da, mit uns hier ein Date hat. Oh yeah. So, dafür haben wir hier gerade... Das ist ja mal richtig geil. Haben wir gerade eben dieses Buch bekommen. Da habe ich letztes Mal... hier habe ich letztes Mal geendet. Gucken wir mal. Hm. Hier steht, dass Erdschnabeltiere ihre Eier im Erdreich verstecken. Das stimmt. Wie gut, dass sie sich auf einer Insel aus Treibung finden. Ach ja. Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Hm. Also du merkst ja das jetzt alles, ja? Ja, genau. Auf jeden Fall. Hier steht, dass Flugschnabeltiere ihre Eier an hochgelegenen Punkten verstecken. Das scheinen ja richtige Akrobaten zu sein. Wie... Ui. Was ist das? Hm? Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich. Aber auch irgendwie lässig. Lässig ist sein Lieblingswort. Das weiß ich. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. So, ähm... Oh, der Thilo ist so niedlich gewesen als Baby. Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Geschwür für dramatische Aufträge. Jetzt hätte ich erwartet, dass er so wie ich sagt. Hm. Anschließend. Hier steht, dass Feuerschnabeltiere ihre Eier in heißen Geysieren verstecken. Geysiere? Sowas gibt's hier doch gar nicht. Och, egal. Wir bauen einen. Hier steht, dass Wasserschnabeltiere ihre Eier in Ufernähe verstecken. Na prima. Dürfte schwer sein, auf diesem Stück Treibgut einen Ort zu finden, auf den das nicht zutrifft. Bla, bla, bla. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. So wie Chilo. Ekel. Hier steht außerdem... Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Aha, da fällt mir was ein. Was denn? Guck mal hier. Tigerfisch. Irgendwie... Was willst du jetzt mit dem toten Tigerfisch machen? Der ist denn... Der schläft nur. Achso, der schläft nur. Jedenfalls, da oben ist schon mal ein Ei. Das nehmen wir uns jetzt mal. Go, Rufus-Gummi-Arm. Äh. Tja, also sonst klappt das immer. Okay, wir müssen erst nach oben gehen und das dann nehmen. Laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Ja, und noch drei andere. Guck mal hier. Zaroff. Schleichwerbung. Übrigens, das hier ist der neue Goethe. Ja. Achso. Mir zum Beispiel hier. Kann ich mal kurz... Willst keine Bissspuren du in Zwieback? Nimm kein Schnabel dir zu Bivack. Oh yeah. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum unsere Stimme so ein bisschen angespannt klingt, das liegt daran, weil wir gerade eben Slender aufgenommen haben. Oh, ja. Oh, richtig schön. Oh, guck mal, da ist ja noch ein Ei. So ein ganz, ganz kleines Ei. Ein Eilein. Oh, Minigame. Ich hab gerade gedacht, du hättest draufgetreten. Minigame oder was? Äh. Oh, guck mal da, eine Ratte. Hey, stehen geblieben. Ohne Hilfsmittel komme ich hier anscheinend nicht weiter. Vielleicht können mir diese beiden Steine und die Erdmännchenfalle dort weiterhelfen. Hm. Aha. Vielleicht solltest du die da platzieren, wo es am nächsten rauskommt. Ja, da weiß ich aber nicht, wo es rauskommt. Ich muss das raten. Ja, klick einfach so lange drauf. Jetzt nimmt es nur diese Diagonale da. Nee, das wird sich, glaube ich... Meinst du? Ah, nee, jetzt doch nicht mehr. Wusste ich. Das wird so einfach... Ich glaube, das wechselt so... Also ich bin mir... Ich bin mir da relativ unsicher. Ich muss das vielleicht irgendwie einkesseln, so wie beim Schach. Guck dir mal. Gibt es doch bestimmt irgendein System? Warte mal eins. Warte. Und jetzt... Jetzt leg... Jetzt leg das mal da drauf. Nee, doch nicht. Schade. Eins, zwei, eins... Warte. Hm. Das bewegt sich irgendwie mal zwei. Und dann noch eins in die andere Seite. Warte. Guck mal. Warte. Eins, zwei, da. Nochmal. Okay. Auf jeden Fall. Gut. Aber jetzt wird sich... Eins, eins, zwei... Probier mal. Müsste es da rauskommen oder da? Dann mache ich noch hier. Ah, genau. Das könnte natürlich sein. Nee, warte. Wenn das eins, zwei, dann müsste es ja hier rauskommen oder nicht? Ja, ja, ja. Das wusste ich. Das wusste ich. Das wusste ich. Dann würde ich den Stein hier anmachen. Oder nee. Ja, doch. Hier würde ich den dann machen. Aber es kann... Genau, es kann ja auch hier lang gehen. Dann mache ich hier einen Stein. Äh. Nee, hier und da einen Stein, oder? Ja. Ach. Oh, so klar, ey. So übel. Warte. Nee, du musst ja da, das... Das ist voll gemein, weil ich meine, das Drecksvieh... Also, wenn das immer so eine... Nee, anscheinend ja doch nicht. Doch. Wie doch? Also, das Wechsel geht es mal... Manchmal geht es dann durch eine ganze Diaronale, oder was? Nee, wenn du... Wenn du von da und dann hier rüber zählst, zum Beispiel. Warte mal, jetzt kann es eigentlich... Doch. Doch, klar. Ach, du bist das Drecksvieh, ey. So, jetzt guck... So, jetzt kann er nämlich aber auch von hier. Ja, genau. Da liegt ja jetzt ein Stein. Also, du kannst da... Hier, Ronald, kann es schon mal jetzt nicht bis ganz noch da hinten gehen. Wenn es jetzt... Eins, zwei... Es kann quasi nur da hingehen. Und natürlich... Nee, doch da. Da war schon richtig. Oder? Ja! Geil! Siehst du mal, ich... Der Jonas... Das ist halt ein System. Ja. Geil! So sieht es nämlich aus. Oh, ja. So... Oh, sorry. Mein Mikrofon ein bisschen verdreht. Du musst da rein sprechen, wo das Lämpchen ist. Ich weiß. Guck mal, der Typ, der hat uns letztens mit seiner Hake... ...hat der uns das Wort Rache in den Rücken geritzt. Klatzmatz, der Garten. Toll. Ja, schau. Aber na, es ist glatt. Es ist glatt. Es ist glatt. Es ist glatt. Tja, geht es. Der Jonas mag das. Hier ist noch ein Nest. Hattel mal. Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Erd-Schnabeltier-Kolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltier-Freund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. Hm. Ich könnte mir denken, dass das der höchste Punkt ist, den es gibt. Dann geh doch mal da hoch. Warte, ich will einen Karten... Nääääh. Wo? Hallo? Nein, ich will auf die linke Seite einfach. Da muss ich normalerweise da klicken. Was soll das? Ach nee, so. Genau. Nein! Oh, jetzt muss der wieder so ewig lang laufen. Ich hab vergessen, Doppelklick zu machen. Tja. Gibt es? Ich will mal gucken, ob der mich nochmal mit der Hake verprügelt. Freunde? Okay. Keine Freunde. Verdammt. Jetzt bin ich doch glatt wieder ohnmächtig geworden. Ich habe nicht mal mehr seine Antwort mitbekommen. Der hat hundertprozentig Ja gesagt. Ja. Falls ihr euch jetzt fragt, ne? Der ist unser bester Freund. Guck mal, das ist unser Papi. Oh. Süßwasser. Süßwasser. Finger weg von den Zierfischen. Ich wollte sie nur mal streiten. Ich sagte nein. Enno. Warte. Können wir den da drinnen ertränken? Der ist schon tot. Der schläft nur. Der schläft nur. Auf Deponia ist... Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Tier ziehen für Geheimtür. Wer hätte das gedacht? In Deponia ist das Wort tot ein anderes Wort für schlafen. Ja, dann zieh doch dran. Ach, wie kann ich da... Irgendwie muss ich ja durchkommen, oder? Das sind so... Hier, ich habe hier so... Geil, Scheiße. Schrauben zieht. Nee, Schrauben zieht. Das kann ich auch ohne Hilfe. Obwohl ich mir manchmal schon wünsche, ich hätte meine Lesebrille damals nicht an Tonis Schild. Pfff. Ha 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 ha. Toni ist deine Ex-Freundin. Nur um das mal klarzustellen. Zuckerdose? Nee. Ein Sparten. Äh, oh. Was ist eigentlich? Links, äh, Rechtsklick. Das kann ich auch... Obwohl ich mir... Pfff. Wasser. Wasser. Naja, das wird hundertprozentig alles nicht funktionieren. Aber... Oder? Ich weiß es nicht. Also, ich könnte mir das jetzt nicht irgendwie vorstellen. Aber... Das ist... Naja, ich meine, das scheint mir eine Geheimtür zu sein. Du hast eine Kerze. Du hast auch eine Kerze. Ich habe aber eine schönere Kerze. Ah. Ja. Hm. Blumen. Weil willst du mit der Kerze... Trotzdem Unkraut? Hm. Weil sie quatschen mir nochmal mit der alten Rampensau. Hey, Dad. Och. Was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Was redest du denn mit dir wegen... Nicht, äh... Ich habe dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je. Pff. Freut sich. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du dann hier auf dem schwimmenden Schwarz? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinen wegen. Du verstehst das nicht. Ach nein. Wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht. Und wie viele Explosionen hast du diesen Menschen verursachen? Keine. Kann ich nicht zählen. So still plötzlich. Ich zähle noch. Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Na klar. Ich würde zum Beispiel niemals meinen achtjährigen Sohn zurücklassen. Du würdest ihn mitnehmen. Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufeln und Beutelchen dabei. Na hinten Spaten. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Naja, gut, okay. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Der zieht nicht mal bei Achtjährigen. Boah. Naja, aber ich hab nie... Lass nicht. Okay. Ich hätte gern... Ich glaube, ich weiß, was wir mit dem Erd schnabbelt hier... Oh, da hinten ist ein Klavier. Oh, könntest du doch nur Klavier spielen. Ein Kübel voll Erde. Da, mit dem Eimer. Irgendwie aufsammeln, oder? Okay. Weiß ich nicht. Nein. Nein. Du hast vergesst, Doppelklick zu drücken. Das ist nur deine Schuld. Alter, dieses Ding hier macht mich grad aggressiv. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Ja, da hast du recht. Ich mein, der hat einen toten Fisch und einen riesigen Rasiermetzerfisch dabei. Also ich mein, so... Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. So kombiniert er Dinge. So ist es so gut. Aber die Erde ist doch noch nicht gefroren. Ja, da weiß ich aber, glaube ich, was. Da habe ich nämlich eine Idee. Da gehen wir zu unserem besten Freund. Guck mal hier. Da ist der alte Mann. Und da ist das Walross. Ui! So. Gehen wir mal hier in Docs Werkstatt. Doc ist unser größter Homie. Guck mal, da habe ich das Pony getötet. Ja, das Roboterpony. Ah, stimmt ja. Der hat ja so eine Gefriertruhe. Ja, genau. Da nämlich. Und da, glaube ich, nämlich... Warte, ich mache das besser erstmal wieder aus. So, dann kann ich das da jetzt schön reinlegen. Ach, toll. Okay. Na, wer ist denn das? Oh, wie süß. Na, Holla. So jung und schon so angriffslustig. Oh, wie ist die... Oh, wie der... Ich ist nie süß. Ja, ich... Wir kriegen was jetzt. Cuteness Overload. Na, Holla. So jung und schon so angriffslustig. Wie kriegen wir das jetzt hier raus? Ich würde sagen... Ach. Mach die Klappe zu. Ja, genau. Drück den Schalter. Warte mal. Oh, schade. Ich dachte, das geht jetzt echt. Ja, mach doch mal... Mach doch mal Reis raus. Vielleicht kannst du es dann holen. Es ertrinkt. Tolle Idee. Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Ja, genau. Warum, Schnabli, Schnabli? Na, Holla. Na, okay, gut. Dann jetzt nochmal einen frieren. Genau. Alter, gefroren. Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Oh, den Schrimm zieht du. ...Würfel abklopfen. Ich brauche besseres Werkzeug. Gut, dann nehmen wir den Spaten. Der Jonas ist halt ein Spaten, deshalb weiß der so was. Siehste? Ja, Jonas, du kleiner Spaten. Ich bin mal wieder der Pro. Ja, dem seine Hosentaschen werden gleich oben mächtig kalt werden. Und dem seine Koronnes drumherum auch. Alter, wie schön. Wollte ja nichts gesagt haben. Ist das nicht schön. Hier gehen wir mal zur Karte, das geht schneller. So, dann legen wir das jetzt mal hier in sein geiles Nest rein. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Ich will aber nicht. Das ging aber schnell. Schon irgendwie drollig. Guck dir das an. Wie der guckt. Der guckt. Wohin der guckt. Boah, genau. Und wohin der gerade geschlagen hat. Warte, guck. Das war gerade Wurmi. Ja, ja, gell. So ein ganz, ganz schöner Wurm, ne. Guck mal, wie es der blinde Apotheke an. Es sah aus wie der aus Wurms. So, ich glaube, das werde ich als nächstes versuchen, Mälde. Ich glaube, wenn das funktioniert, dann zweifle ich ernsthaft an der Logik dieses Spiels. Das spielt halt viele Logiken. Hier ist nämlich ein Farbeimer und irgendwie... Ausgerechnet weiß. Der Spielverderber unter den Farben. Und wie wir gesehen haben, ist nämlich, dass der Zebrafisch auch weiß und... Glaubst du, dass...